Let's Play Mass Effect 3 Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3 Ja, wir haben gerade, also besser gesagt, wir sind gerade auf die Era getroffen und wir müssen jetzt irgendwas holen, ich hab vergessen was Aber ihr werdet es ja sehen Was zum Teufel? Anscheinend bleibt die Allianz noch immer wieder statt Die Bahn führt ins Archiv, wenn Soros das schafft, sind wir am Endensicherheitsprotronen gut Da muss ich an Hörse mich an Schlecht, der Sturm verursacht Störungen Warte mal kurz Ich mach mal Untertitel Bla bla Wo ist denn hier die Untertitel? Wo ist denn hier die Untertitel? Ich hab dich verstanden Ich hab dich verstanden Ich hab dich nicht Wiederholen sie Wie wär's ihre Position? Verdammt Der Sturm würde kurz mehr hier sein Ich glaub, der ist schon da Sieht so aus Die Luftschleuzer dürfte nicht offen sein Sieht nicht so aus, als wäre weit im Spiel gewesen Nein, sie müssen die Sicherheitsmotor holen Wie cool Taschenlampe Niemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen Das ist brutal Sogar für Soros Verhältnisse Ähm Datappeld Cam Wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt Sie soll von hier verschwinden Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren Die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist Ich hasse Fremde, die glauben sie wüssten alles, aber In Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist letztes Mal passiert? Wir nehmen uns in eine andere Soldaten Das waren nun sie, ich glaube sie wollen, dass wir uns ergeben Das tun wir natürlich nicht Was ist das? Schade, dass man immer noch nicht durch das Schießen kann. Wir müssen erst den Druck im Raum hier stellen. Und fertig, wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet, alles ist abgelegelt. Doktor Brecht kommt zu weit. Die Dame ist ja böse. Jetzt wissen wir, wieso es sein kann. Ich hätte es machen müssen, als sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das einzige, was uns zur Zeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Wenn so viel auf dem Schirm steht, denke ich daran, was sie verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Abwurs gehen und dann zur Bahnstation. Gut, raus geht's. Ja, keine Sorge, Liara. Schließlich bin ich ja Shepard und der wird bestimmt nichts passieren. Die Erkurt-Aktur, ich will, dass du mein Schatz im Urlaub bleibst. Keine Kontakte. Erkurt-Aktur melden Sie sich. Mhm. Okay. Wo kann man hier eigentlich die... Ach, hier ist das... Du-du-du-du-du... Äh... Die... Eigenschaften... Also die... Biotek-Eigenschaften können wir uns lieber mal ein bisschen später... Erstmal können wir ein bisschen mehr Gesundheit bekommen. Erhöht die Kraft und Schaden von Gruppenmitgliedern um 30%. Erhöht die Kraft und Schaden von Gruppenmitgliedern um 30%. Erhöht Schaden und Kraftmodus um 10% erhöht Kapazität um 20 Punkte. Dann nehmen wir das mal. Erhöht 30 Sekunden lang das Aufladetempo alle. Kräfte um 40% wenn... Also immer wenn sie eine Biotek-Kombo erzielen. Erhöht Schaden und Kraftmodus um 25%. Erhöht Kraftdauer um 25%. Hm... Nehmen wir lieber Schaden. Ich hoffe ich werde diese... Entscheidung nicht bereuen später. Vorab... Fortfahren... ... Datenpad... Okay Leute, ich werde das jetzt in jedem Datenpad durchlesen. Ich würde mal sagen, wenn ihr es lesen wollt, dann... ...stoppt das Video und... ...lesst es euch durch. ... 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